Romanze mit Florian Silbereisen? Das sagt Melissa Naschenweng. Für viele Schlagerfans wären sie ein Traumpaar. Wie ihr Verhältnis zu Florian Silbereisen wirklich ist und wie es in ihr Liebesleben steht, hat Melissa Naschenweng hier online verraten. In ihrer Heimat Österreich ist Melissa Naschenweng seit Jahren ein Superstar und sang sich mit Hits wie Dein Herz verliert, verliebt und ich steh auf Bergbauernbohm auch in die Herzen des deutschen Publikums. Zuletzt nahm sie ein Duat mit Roland Kaiser auf. Ihm zu ehren wird die Sängerin am Samstag mit vielen anderen Stars im ZDF bei der Giovanni Zarella Show auftreten. Der Moderator präsentiert eine Sondersendung zum Bühnen-Nubiläum der Schlagerlegende. 50 Jahre Roland Kaiser startet um 20.15 Uhr. Auch in den Shows von Florian Silbereisen ist die 33-Jährige regelmäßig zu Gast. Die beiden standen schon mehrfach zusammen auf der Bühne, was bei den Fans für Liebesgerüchte sorgte. Doch, Florian ist ein bisschen zu alt für mich. Er ist wie ein großer Bruder, stellt Melissa Naschenweng im Interview mit T-Online klar und gibt einen seltenen Einblick in ihr Liebesleben. T-Online, sie singen ja ein wahres Loblied auf die Bergbauernbohm. Was ist das Besondere an ihnen? Melissa Naschenweng, die Bergbauernbohm haben es mir besonders angetan, weil ich aus einem Ort komme, der 1200 Meter hoch liegt und das ganze Tal hat 1700 Einwohner. Ich wohne fast so wie die Heidi. Und dort gibt es eben nur Bergbauernbohm. Ich möchte damit vermitteln, dass ein Mann in einer Lederhose, ob er nun Bauer ist oder nicht, einfach fesch ist, dass man die Waden sieht, dass er tanzen kann und dass er mit dem Edelweißstrauß in der Hand mit dem Traktor vorfährt. Das ist mir zwar noch nicht passiert, aber so stellt sich eine Frau aus meiner Welt den Richtigen vor. Worauf achten Sie noch bei einem Mann? Ich achte auf Ausstrahlung, Humor und schöne Zähne. Ich schaue immer auf schöne Zähne. Außerdem mag ich's, wenn er größer ist als ich. Im vergangenen Jahr haben sie ihre Liebe zu Andreas Gabaliers Bruder Toni bestätigt. Die Beziehung halten sie aber sehr privat. Warum? Ich möchte eine Beziehung führen wie jede andere Frau auch und nicht jeden Schritt veröffentlicht sehen. Ich habe schon vor Jahren gesagt, dass für mich niemand aus der Öffentlichkeit in Frage kommt. Es ist ein großes Glück, dass ihn das Rampenlicht nicht interessiert. Was ist für Sie das A und O in einer Beziehung? Die Herausforderung in einer Beziehung ist immer, von der Verliebtheit in den normalen Alltag zu kommen. Es ist ganz wichtig, dass man gemeinsame Interessen hat, dass man die gleichen Hobbys cool findet, dass jeder seine Freizeit hat und seinem Beruf nachgehen kann. Da ich so viel unterwegs bin, wäre es für mich ganz schlimm, wenn jemand Verständnis dafür hätte. Ich bin nonstop mit Musik beschäftigt. Musik ist meine große Liebe, deshalb war es bisher immer schwierig, einen Platz für jemanden in meinem Leben zu finden. Und wenn ich dann mal zu Hause bin, muss ich erst einmal durchatmen. Wenn ich dort zusätzlich gestresst werde, wäre das nicht gut. Man muss Kompromisse eingehen und auch im Haushalt schauen, wer die Wäsche macht, wer den Geschirrspüler ausräumt oder wer kocht. Melissa Naschenweng, die biologische Uhr tickt. Welches Gericht können Sie besonders gut kochen? Ich koche sehr gerne Kärntner-Kasnudeln. Das sind gefüllte Teigtaschen mit Quark- oder Kartoffelfüllung. Das ist eine Kärntner-Spezialität. Wenn man die Teigtaschen zusammenfaltet, heißt das auf Österreichisch KRNDLN. Und wer KRNDLN kann, der darf heiraten. Wer das nicht kann, für den gibt es keine Hochzeit. Natürlich kann ich das, und zwar schon seit ich 15 bin. Als Sternzeichen Krebs bin ich ein sehr familiärer Mensch. Meine Oma hatte elf Kinder und 25 Enkelkinder. Es gibt nichts Schöneres als Familie. Erfolg ist auch schön und darüber freue ich mich auch. Bei meinen Konzerten habe ich so viel über Kinder gesprochen. Die biologische Uhr tickt und ich habe noch sieben Jahre, bevor ich 40 werde. Ja, das stimmt. In Deutschland haben die Leute bei meinen Konzerten alle meine Songs im österreichischen Dialekt mitgesungen, sodass wir uns entschlossen haben, ab Herbst mit erstmals in Deutschland auf Bergbauern-Burm-Tour zu gehen. Der Tourabschluss wird im November in München sein. die Leute bei meinen Konzern am Tag wie zu machen. Vielen Dank.